Hallo und herzlich willkommen auf meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass du dich für meine Angebote interessierst und das deutsche Gesetz verlangt ist, dass du einmal die E-Mail bestätigst, du jetzt bekommst, nachdem du dich eingetragen hast, damit ich dir weitere Infos zusenden kann. Leider ist es so. Das heißt, bestätige einmal im Postfach die E-Mail und dann bekommst du auch sofort die weiteren Informationen von mir. Ich danke recht herzlich und freue mich, dass du dabei bist. Und wichtig, du kannst dich jederzeit austragen, wenn du weitere Infos nicht mehr bekommen möchtest. Deswegen trau dich ruhig und vielleicht interessierst du dich auch für meine Programme. Dort kannst du dich an weiteren Punkten eintragen, für die Online-Trainings kostenfreien, für die Online-Kurse, teils kostenfrei sind, vielleicht auch für mein neues Masterprogramm oder vereinbare einfach einen Termin mit mir. Den Link dazu findest du auch auf der Homepage unter Arbeite mit mir. Ich danke dir recht herzlich, Iris Gynnecker. Infos findest du unter www.irisgynnecker.com. Bis bald!